Diesen Kader auf der eigenen Homepage einbinden mit dem iFrame lässt sich diese Kaderübersicht auf der eigenen Homepage einbinden. Mit dem Button Anfrage senden öffnet sich ein Fenster Ihres E-Mail-Programmes mit einer vorgefertigten E-Mail. Bitte ergänzen Sie dort die Angabe, auf welcher Homepage die Übersicht eingebunden werden. Nach Erhalt der Anfrage versenden wir den iFrame als Antwort ebenfalls weitere Informationen zum Thema Fit. Bis zum nächsten Mal.